Revision 465 Hallo und herzlich willkommen zur Revision 465 vom Working Draft. Wir sind zu dritt und da ist zum einen der Shep mit dabei. Hello. Der Peter ist mit dabei. Ahoi. Und ich bin der Hans. Grüßt euch. Schön, dass auch ihr dabei seid und uns zuhört bei einem tollen Abend. Wir sitzen hier zu dritt am Abend zusammen und sprechen ein wenig über verschiedenste Themen. Ein buntes Potpourri. Ihr werdet es gleich erleben. Vorher nur noch der Hinweis, wie immer in eigener Sache. Wenn ihr möchtet, unterstützt uns doch bei Patreon. Ihr wisst ja, wo das geht. Und erzählt euren Kolleginnen und Kollegen von uns, damit auch die den tollen Working Draft Podcast hören können. Und damit lasst uns mal einsteigen zu unseren Themen von heute. Wir haben so ein paar Fundstücke gesammelt und haben gedacht, wir fangen mal an aus dem CSS-Bereich ein paar Themen aufzugreifen, die sich in der letzten Woche oder in den letzten Wochen so ein bisschen angesammelt haben. Und eins davon, Shep, hattest du gesucht und gefunden, nämlich CSS Cascade Layer. Die CSS-Kaskade. Was hat es damit auf sich? Ja, wobei ich mich nicht da korrigieren muss. Das hatte der Peter ausgegraben. Ich glaube, ich habe das so auch tangential mitbekommen. Du warst in der Vorbesprechung einfach so über das Thema schon informiert. Nee, bin ich gar nicht. Cascade, klar, kann man sich vieles darunter vorstellen. Aber ich würde dann doch den Peter-Joker nochmal rufen, dass der uns da nochmal neudeutsch aufgleisen kann. Ja, kann ich ja mal kurz machen. Also es handelt sich hier erstmal um ein Proposal von CSS, also aus dem Formenkreis CSS Level 5. Also es handelt sich hier um die fünfte Version der Spezifikation der CSS-Kaskade. Und da ist jetzt neu drin ein Feature, Add Layer, das eine weitere Add-Regel ist, die man auch verschachteln kann und halt eben wie so eine ganz normale Add-Regel in CSS ist. Und was man mit der machen kann, ist, man kann mit Hilfe von dieser Layer-Regel andere CSS-Regeln gruppieren. Und das Schöne daran ist jetzt das Folgende. Wenn ich zwei Layer habe, sagen wir mal A und B, und ich definiere die in der Reihenfolge A und B, dann ist es tatsächlich so, dass alle von ihrer Spezifikation her gleichwertigen CSS-Regeln, die ich in jeweils Layer der Sorte A oder B reinverschachtle, dann auch so kaskadiert werden, als würden sie in der Reihenfolge A und B stehen, wenn sie de facto in einer anderen Reihenfolge sind. Also ich kann das mit sozusagen, indem ich sie in diese Layer reinwrappe, sozusagen die Reihenfolge umdrehen. So kann ich halt eben diese Kollisionen, diese Regeln haben alle die gleiche Spezifität, ein bisschen auflösen im Prinzip. Und die Idee dahinter ist wahrscheinlich so die folgende, was man halt eben machen kann, was ganz nett ist. Man kann sich so verschiedene Layer-Designen, irgendwie zum Beispiel ein Layer-Defaults, ein Layer-Theme, ein Layer-Basic-UI. Und die definiert man einmal ganz am Anfang seiner File und sagt da über die Reihenfolge, wie die sich überschreiben sollen. Man sagt also einfach einmal eine leere Ad-Regel, Layer, weiß ich nicht, Layer-Defaults und dann Layer-Basic-UI und dann Layer-Theme. Und weil die halt in dem CSS-Style-Sheet zuerst in der Reihenfolge 1, 2, 3, also Defaults, Basic-UI und Theme standen, kann ich dann einfach wieder in diesen Layer andere Regeln reingruppieren, in irgendeiner Reihenfolge, im Rest meines Style-Sheets. Aber die Kaskade hält sich halt eben an diese Reihenfolge, die ich obens einmal festgelegt habe. In der Reihenfolge, wie die Layer einmal ursprünglich gesehen wurden. Hört sich erst mal nach einer total sinnigen Sache an. Ich denke jetzt an einen Button oder irgendwas. Du hast irgendwie eine Klasse, die heißt immer Button und dein Default-Styling, wie du gesagt hast, macht halt die Ecken mit 5 Pixel abgerundet und du willst aber in deinem Theme jetzt irgendwie, dass die nur 2 Pixel abgerundet sind und dann kannst du es halt darüber überschreiben, kannst aber die CSS-Files einbinden, wie du möchtest, kannst das in jeder Reihenfolge irgendwie alles zusammengemanscht nachher in einem Minify-Ton-CSS ausliefern oder wie man es halt möchte, ohne dass es halt mit der Kaskade halt irgendwelche Probleme gibt. Genau, also das Problem, dass die Reihenfolge eine Rolle spielen kann, das ist halt damit weg. Und das ist jetzt natürlich alles irgendwie super early days und wenn man sich dadurch die Spezifikationen durchscrollt, steht irgendwie issue here, Problem dahinten, noch unklar da. Aber das wäre sicherlich ein so ein Werkzeug, mit dem man, ja, würde ich mal sagen, jetzt vielleicht als CSS-Autor, jemand, wenn du das so direkt schreibst, hat man jetzt vielleicht nicht so ganz so das große Ding, nicht so den ganzen großen Gewinn damit. Aber wenn man mal so auf die Framework-Ebene guckt und halt wirklich sich überlegt, ich entwerfe jetzt hier das große Design-System, wo halt so Sachen wie eben Defaults und Theme und Basic Component und sowas alles, wo das wirklich halt eben auch am Ende irgendwie in was Großes, Ganzes zusammengefügt werden muss. Ich denke jetzt an diese ganzen großartigen React-Komponenten mit ihrem CSS in JavaScript, was für irgendwann am Ende mal zu normalem CSS gerechnet werden muss. Wenn man da sozusagen einfach über so einen Gruppierungsmechanismus sagen kann, dass die Stiles diese Gewichtigkeit haben und diese jene und dass die Reihenfolge und irgendwelche Selektor-Spezifität einfach gar keine Rolle mehr spielt, ist das, glaube ich, schon ziemlich cool. Ja, genau. Also wahrscheinlich gar nicht dann so viel, wie du sagst, halt in der direkten Anwendung, wenn du jetzt mal irgendeine Website baust, wo du vielleicht eine Kontrolle über deine kompletten Styles hast, sondern halt aus dieser Sicht für Leute, die Frameworks bauen und so eher. So würdest du es meinen, oder? Genau, Frameworks oder halt eben sowas wie eine Web-Component. Wenn die sozusagen sich sagen kann, ich bin in diesem Layer drin, ich baue jetzt meine Styles für meine Komponente und sage, ich wohne im Layer-Komponentenname, dann ist ja einfach nur dadurch, dass ich diesen Layer-Komponentenname bekannt gebe, indem ich das in meine Dokumentation reinschreibe, gebe ich ja den Nutzern dieser Komponente die Möglichkeit, diesen Layer erstmals an dieser oder jenen Stelle zu erwähnen im Style-Sheet und damit halt eben zu sagen, wo sich die Styles für meine Komponent einsortieren soll. Nicht einfach nur, ich schreibe halt CSS und muss halt eben, das kennt man ja so früher von diesen ganzen räudigen hier jQuery-Plugins, wo irgendwie so irgendwelche Klassennamen benutzt wurden, irgendwelches CSS injected wurde oder es war halt inline, es war alles ganz schrecklich. Aber jetzt kann ich halt eben sagen, hier ist meine Foo-Component, die Styles wohnen im Foo-Component-Layer und sortiere das halt da ein, wo es dich am wenigsten stört, werter Nutzer. Hm. Das ist schon ganz nett, ne? Vor allen Dingen, wenn man sich halt mal überlegt, wenn ich jetzt mal sozusagen aus diesem Thema schon mal ein bisschen weiter herausführen möchte, was so der Grund ist, warum mich das Thema so ein bisschen gekitzelt hat, als ich das gefunden habe, weil es ist halt nur ein Proposal für irgendwas, was es nicht gibt und was noch extrem im Fluss ist. Da würde ich ja normalerweise sagen, da lohnt es sich nicht, groß drüber zu reden. Aber ich habe ja letztens wieder mal angefangen, so ein paar von meinen alten Web-Components aufzuwärmen, weil ich dachte halt eben, es ist ja gerade irgendwie Corona und Lockdown und ich habe nicht so viel zu tun, also optimiere ich mal meine Inhouse-Software und schreibe halt so ein paar Bestandteile, die ich halt für meine Präsentationen verwende, einfach mal neu, unter anderem meinen HTML-Import und habe an dem dann so ein bisschen rumgespastelt und dachte so, hey, das wäre ja eigentlich sinnvoll, wenn der zum Beispiel jetzt mal Default-Styles hätte. Stellt sich aber raus, geht bei Web-Components nur, wenn man auch einen Shadow DOM hat. Wenn man aber eine Komponente hat, die gar keinen Shadow DOM mit sich bringt, dann kann man da auch keinen Default-Style machen. Dann ist diese Komponente, die man da erfindet, entweder eben immer eine Inline-Style oder es ist das, was man da mit so einer Type-Extension, mit so einem Ist-Ding extended. Den Style hat es dann. Aber wenn ich einfach nur so eine Web-Component habe, wie meinen HTML-Import, der einfach nur sagt, ich bin letztlich ein deklarativer Fetch-Request und dann dampe ich irgendwelches DOM irgendwo hin, wo ich ja irgendwie sowas würde machen wollen, wie das Ding selber ist unsichtbar mit Display None oder ich will sowas machen wie Display Contents. Ich zeige meinen Inhalt an, aber bin selber kein Gegenstand des Style-Trees. Das kann man alles einfach überhaupt gar nicht machen. Das geht gar nicht. Da gibt es keine API für. Und das hat mich ein bisschen erschüttert. Also das, ich stelle es mir jetzt mal so ein bisschen abstrahiert vor wie so eine Art I-Frame. Aus dem I-Frame heraus kannst du den I-Frame selbst halt auch nicht stylen sozusagen. Und so wäre es ja dann ein Stück weit auch an der Stelle, wenn ich das richtig verstehe. Nämlich wenn du keinen, du hast praktisch keinen Content innerhalb deines Custom Elements, also keinen Shadow DOM. Dementsprechend gibt es auch nichts, was man stylen kann, also keine Root-Component, und nix, weil es ist halt nix da, so ungefähr. Du renderst halt leer und dann kannst du dich nicht auf das Root-Element beziehen. Ist das, würdest du das, also ist das die richtige Interpretation dessen? Es ist richtig. Also alles, was du sagst, ist richtig, aber ich finde, man könnte es noch halt ein bisschen verdeutlichen, weil es gibt ja eine Möglichkeit, wenn man Shadow DOM hat und das Shadow DOM besteht nur aus einem Style-Sheet, in dem es nur eine Regel gibt, die sich auf die Pseudoklasse Host bezieht, dann gibt es die Möglichkeit, dieses Host-Element zu stylen, selbst wenn das Shadow DOM aus nichts Sichtbarem besteht. Aber Shadow DOM ist im Moment halt der einzige Hook, in den du eine Host-Styling-Regel einbauen kannst. Und das ist der Knackpunkt so ein bisschen. Was ich gefunden habe, während ich so halt voller Entsetzen gegoogelt habe und gedacht habe, das kann doch alles nicht sein, ist, wie auf GitHub so ein bisschen diskutiert wurde, da in der entsprechenden Arbeitsgruppe, wie die API aussehen könnte. Im Moment ist es ja so, wenn man Custom Elements DotDefine macht, gibt man da als erstes den Komponentennamen an, als zweites die Klasse, die das Custom Element implementiert. Und dann war so die Idee, dass man in diese, dass man da einfach noch ein Parameter hinten dranhängt mit den Default-Styles von diesem Element. Und dann gibt es da unglaublich komplizierte Edge-Cases, warum das auf keinen Fall so ohne weiteres geht, weswegen sich da auch seit jetzt vier Jahren nichts getan hat. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen blöd, weil ich baue jetzt mir hier eine Komponente und ich würde jetzt mal sagen, hier so mit Web-Components in die Zukunft, wie kann ich denn da irgendwie verantwortungsvollen Style mitgeben? Also im Moment tendiere ich so zu der Lösung zu, ich schreibe halt in die Dokumentation rein, wie ich meine, dass das die Nutzer am besten machen sollten. Also mach Display-Contents oder mach Display-None. Aber es ist nicht irgendwie, dass ich das nicht selbst veranlassen kann, ist halt schon echt arg schwach. Und inwiefern hilft dir jetzt dieses Layers-Proposal da rauszukommen aus der Nummer? Das hilft mir nicht, aus der Nummer rauszukommen, aber es ist weniger schlimm. Weil was ich dann zumindest sozusagen besser rechtfertigen könnte, wäre, dass ich sage, meine Komponente, wenn sich zum ersten Mal eins von diesen Dingern instanziert, injectet einfach in das Dokument ein Style-Element rein, in dem drin steht, ich style mich so und so, mit einem definierten Layer, weil darüber, dass es diesen definierten Layer gibt, kann dann ja diejenigen, die das nutzen, sozusagen definieren, wo sich der Layer in der Kaskade einsortiert. Und dann ist das nicht mehr ganz so übergrifflich, dass meine Komponente einfach irgendwo einen Style-Instorm rein injectet. Dann habe ich einfach sozusagen die Möglichkeit, meinen Nutzern eine goldene Brücke zu bauen, um zu sagen, ich mache das jetzt hier, das ist nicht cool, aber du kannst hier diesen Weg gehen, um das Problem sozusagen zu beseitigen. Die müssen dann nicht mehr selber den Style schreiben, sie müssen nur, wenn die Art und Weise, wie ich den Style schreibe, ihn woanders hinsortieren. Was ich irgendwie ein bisschen weniger schlimm fände. Ja. Es gibt auch hier diesen neuen Gruppenselektor, ich weiß nicht, ob das Any ist oder so, der keine Spezifität hat. Wäre das was für dich? Wahrscheinlich nicht, weil Browser-Support, oder? Wie sieht das da aus? Naja, aber der Browser-Support ist auf jeden Fall, also ich überlege gerade, war das, es gibt glaube ich Any und Wear, ne? Ich glaube die, und wie ist es denn jetzt nochmal? Also Any hat guten Support, und Wear hat nicht so guten Support. Genau, der eine ist auch neuer als der andere, aber ich glaube, der Wear ist das, der keine Spezifität hat. Also der ist quasi wie der Sternchen-Selektor. Und wie Not wahrscheinlich eher, ne? Also Wear ist ja, übernimmt ja das, was du innen drin hast, während der Wear komplett immer bei Null bleibt. Ach so, also auch wenn ich da was reinschreibe? Mhm. Okay. Und damit, also ich finde, damit könnte man ja auch das Problem angehen, weil der ja, also weil du ja quasi mit, du kannst ja, das musst du ja schon mutwillig schaffen, die Spezifität nicht zu übertrumpfen. Ja. Ja, okay, das hört sich besser an. Also ich meine, das ist immer noch ziemlich barbarisch dann, was man dann im Eigentlichen, eigentlich tut, nämlich, ne? Einfach so CSS da rein injecten. Ja. Aber gut. Okay, dann könnte man ja auf der Basis von dem auch möglicherweise ein Polyfill für so Proposals bauen, wie da in diesem Issue-Tracker sind, mit dieser Diskussion da, ne? Ja, vielleicht schon. Finde ich denn nicht. Was? Unglaublich. Den where selector. Ja. Can I use? Da ist er. Da ist er. Da ist er. Ja. The difference between where and is. Is ist der andere, genau. Ich glaube, der ist auch der. Is that where always has zero specificity. Whereas is takes on the specificity of the most specific selector in its arguments. Also so ähnlich wie der not. Ja. Okay. Ja, das hört sich sexy an und die Unterstützung sieht jetzt auch nicht so schlimm aus. Also Edge ist halt schon so ein bisschen schlecht. Ja, gut. Aber Edge, den kannst du ja auch vergessen jetzt, oder? Äh, ich jetzt nicht. Also wenn ich schon eine Web Component mache, dann will ich halt auch, dass das Ding funktioniert. Also es ist ja wirklich so, dass an Web Components ja nichts Gutes, außer dass die überall funktionieren, wenn man sie richtig macht. Ansonsten wäre ich ja mit irgendwie einem React Component oder irgendeinem Angular Auto so dermaßen viel schneller fertig. Also wenn ich schon in die Salzmine herabsteige, dann muss ich da hinterher auch wirklich so ein richtiges Salzfass raustragen. Sonst lohnt sich das nicht. Ja. Ich glaube, das ist aber auch tatsächlich der einzige bisschen kompliziertere Selektor, der keine, oder, ja, der keine Spezifität hat. Ansonsten gibt es ja nur den Sternchen-Selektor noch. Mhm. Ja. Okay. Hey, bin ich doch direkt mal inspiriert und kann morgen dann wieder noch was anderes tun als die Dinge, die ich eigentlich tun sollte. Yay. Hey. Gut. Gut. Das wäre jetzt so der, ich glaube, wäre so der Problemkomplex irgendwie interessante CSS-Ideen und Probleme, mit denen ich mich da letztens herumgeschlagen habe. Aber, ja, könnte eine Lösung sein. Werden wir auch nochmal verlinken, die Ad Layer Rule. Wie gesagt, noch sehr Early Stage. Könnt ihr euch ja trotzdem mal angucken. Und, äh, Web Component Default Styling ist halt auch noch etwas, wo wir auch einen Artikel zu haben. Genau. Und der nächste Team komplett, oder wolltest du dazu, dazu noch anschließen? Ja, ich wollte nur zum Artikel sagen, der operiert auf der Annahme, dass es Shadow DOM gibt. Und, dann ist das Problem halt weit weniger groß, als wenn es das halt eben nicht gibt. Aber für diesen, wie gesagt, Fall, dass man Shadow DOM hat, kann man das dann ganz gut lesen und lesen und dann daran seine Lösung finden. Also, alles gut am Artikel. Ja, auf jeden Fall etwas, ähm, was man beachten muss, wenn man dann entsprechend mit Web Components unterwegs ist. Ich weiß nicht, ich bin das selbst immer, oder gar nie irgendwie, und mag dann diese Abstraction Layer und sagt dann, okay, guck mal, hier hab ich mein React und los geht es. Aber ich bin ja auch nicht, äh, bin ja auch kein, äh, niemand, der da so, so, sagen wir mal, vermehrt im Moment im Frontend unterwegs ist. Nein, dabei hatten wir doch heute Morgen einen so wunderbaren Frontend-Karlauer auf Twitter. Haha, ja, ähm, schaut euch alle mal meine Frisur an, müsst ihr mal bei, äh, Chefs Profil ein bisschen durchschauen. Vielleicht findet er da noch was. Chefs und Hans Frisur vom 31.1. auf Twitter. Hattest du deine eigentlich gepostet, Chef? Die hab ich nämlich gar nicht gesehen. Ja, sicher, hallo. Die hab ich gesehen. Oh, das ist ein Fall. Muss ich, muss ich jetzt mal nachholen. Ähm, macht ihr mal weiter mit dem technischen Talk, während ich hier Lukas betreibe? Ja, ähm, auf jeden Fall genau lässt sich nämlich sagen, dass wir auch im, im Bereich CSS dann nochmal auf eine andere Sache, ähm, schauen wollen. Du, Chefs, hast nämlich einen Blogpost geschrieben zum Thema Smooth Scrolling und Page Search. Also Smooth Scrolling ist, äh, ist ja für mich, wenn ich das nochmal so zusammenfassen kann, ähm, du hast einen Link in der Seite, also so einen Anchor praktisch, da klickst du drauf und dann würdest du eigentlich weiter nach unten auf der Seite oder nach oben oder whatever springen. Ähm, und anstatt halt einfach hart dusch nach unten zu springen, hast du halt eine schöne Fahrt über die komplette Website und der Browser macht das einfach komplett von sich aus. Du hast eigentlich nur eine Property, die du im CSS anwenden musst, ähm, und die heißt Scroll Behavior und das ist halt mega geil. Ja. So, und da gibt's aber ein Problem mit. Genau, da gibt's eigentlich sogar mehrere Probleme mit, ähm, aber genau, das ist so das, äh, Versprechen dieser Eigenschaft und, äh, früher hat man das halt, äh, anfangs haben wir das ja alle noch mit jQuery gemacht und, äh, später eben, äh, mit Vanilla JavaScript, aber, ja, eigentlich ist das, ist das blöd, dass man da überhaupt noch JavaScript für an den Start bringen muss, weil das ist ja auch tatsächlich, ist ja cool, wenn man das machen kann, weil, weil man dann einfach auch weiß, okay, wohin bewege ich mich gerade und man, wie du mit dem Sch gesagt hast, also man wird nicht einfach irgendwo hingedrimmt und muss ja erstmal sich orientieren. Genau, aber, ähm, wenn man das aktiviert, gibt es auf jeden Fall ein Problem und zwar in Chrome, äh, dass die In-Page-Search, also wenn man dann Command-F oder Steuerung-F drückt und nach irgendeinem Begriff auf einer Seite sucht und dieser Begriff dann gefunden wird und man sozusagen zum, zum ersten Treffer oder vom ersten zum nächsten Treffer navigieren möchte, dann hat man auch da dieses Smooth-Scrolling und, ähm, genau, an der Stelle ist es dann tendenziell doch eher nicht gewollt und, äh, umso weniger gewollt, je länger die Seite ist. Ja, das ist so ein bisschen so ein, zumindest für, für den Chris Coyer, der CSS-Tricks macht, der hatte nämlich den initialen Tweet rausgehauen und meinte, also, er würde diesen Tipp halt so oft sehen, dass man mit ScrollBehavior Smooth, ähm, dieses, das, so ein cooles Scrolling auf seiner Seite etablieren kann. Er hat es aber wieder ausgebaut, eben weil die Suche dadurch so gelitten hat und das war dann für mich der Anlass mal zu überlegen, okay, wie kann man das denn vielleicht in den Griff kriegen? Und da fiel mir ein, dass wir ja mittlerweile so schöne Selektoren oder Pseudoklassen haben wie Focus Within und dass man eigentlich ScrollBehavior Smooth ja gar nicht immer, immer auf dem HTML braucht, sondern eigentlich ja nur, wenn man das Dokument fokussiert hat. Also, wenn quasi HTML den Focus Within hat, sozusagen. Und, äh, ich hab das jetzt einfach mal so salopp ihm hinterher getweetet, aber, alleine damit ist es nicht getan, denn, was das Problem ist, wenn man, äh, wenn man so Anker links anklickt, ist, dass, dass der Fokus von der Seite verschwindet und damit auch das Focus Within nicht mehr, äh, gilt und damit dann das Smooth Scrolling auch wieder weg ist, wenn das Ziel nicht, äh, Tastaturfokussierbar ist. Ah. Ähm, genau, also man muss halten, äh, Tabindex minus eins draufsetzen auf das Ziel, also auf das Element, das, das zum Beispiel jetzt die ID trägt, äh, wo man hinspringt, ähm, damit der Fokus eben in der Seite bleibt und damit das Smooth Scrolling eben auch erhalten bleibt. Und das war sozusagen mein, mein erster Ansatz und das hatte ich auch so geblockt, das heißt also, du, du packst das Scrollbehavior Smooth auf den Selektor html.fokus within und du musst Tabindex minus eins dann auf all deine Sprungziele setzen. Was ja kein Problem ist, das könntest du ja im Prinzip automatisiert machen, ne, alle Dinger mit ID nehmen, die keinen Tabindex haben und da minus eins draufwerfen. Genau, aber so ein bisschen uncool ist es schon und dann muss man wieder JavaScript benutzen und dann ist natürlich die Frage so, wie weit ist es von da zum Punkt, wo man das auch gleich ganz in JavaScript implementieren kann. Genau, und dann kam hinzu, dass jemand dann auf Twitter meinte, hier in Firefox ist aber jetzt das Smoothscrolling komplett kaputt und in dem hatte ich mir das natürlich nicht angeguckt, bei dem war alles super, der macht das auch, der hat auch nicht das Problem mit der Page Search, dass das, also da springt er sofort zu den Ergebnissen und der Firefox macht auch was anderes besser, nämlich, der hält die Zeit immer konstant, dieses Scrolling dauert, das heißt also, wenn du von ganz oben auf eine ganz langen Seite nach unten hüpfst und scrollst, dann scrollt er eben einfach viel, viel schneller und der Chrome, der scrollt halt immer im gleichen Tempo, das heißt, bei dem ist das Tempo konstant, aber die Zeit nicht und auf einer sehr langen Seite kann das sein, dass du eben drei Stunden nach unten fährst, bis du dann ans Ziel kommst und das macht der Firefox richtig, der die In-Page-Search auch gut umgesetzt, eigentlich so typisch Firefox, die machen ja immer alles gut, wenn sie es umsetzen und bei Chrome ist es halt so half-assed, auf jeden Fall mein Trick funktionierte, hat dieses Smooth-Scrolling komplett außer Kraft gesetzt im Firefox, weil der hat das Problem, dass der, der hat so einen 16 Jahre alten Bug, also der blurrt die Seite einfach, wenn man Anker links drückt, also völlig egal, was man an Tab-Indexen macht und darum funktioniert das mit dem Focus Within nicht und dann habe ich halt gesagt, okay, dann ist die Lösung doch nicht so cool, die ich mir überlegt habe und habe die jetzt nochmal quasi ausgearbeitet und was ich jetzt mache ist, dass ich sage, ich habe halt zusätzlich noch eine Animation auf HTML drauf, die animiert einfach nur von ScrollBehaviorSmooth nach ScrollBehaviorSmooth für eine Sekunde und hält damit aber quasi diese Property für eine Sekunde drauf und dann verschwindet sie und damit garantiere ich quasi auch wenn du wenn du so eine Sprungmarke anklickst, womit du ja den Fokus in die Seite setzt, in dem Moment läuft die Animation los, die hält quasi die Property für eine Sekunde, auch wenn der Selektor sofort wieder durch das Blurren nicht mehr gültig ist, aber die Animation läuft, genau und dann danach ist wieder kein weiches Scrolling mehr, also ich missbrauche eine Animation quasi einfach. Hm. Und wer macht es jetzt richtig? Also ich meine dieses subjektiv ist natürlich dieses Verhalten von Chrome, ich brauche irgendwie, deine Seite ist super lang, ich brauche fünf Sekunden um zum Ende zu scrollen, ist natürlich Käse, aber ist das denn spezifikationsgemäß richtig? Also ich frage mich halt nur, dein Workaround ist sehr beachtlich, aber ich frage mich halt, wann wird der dir um die Ohren fliegen? Und ob überhaupt natürlich. Natürlich nie, ist auch klar. Nee, ich weiß es nicht. Also um die Ohren fliegen kann einem immer was. Ich würde sagen, so out Spezifikationen ist das überhaupt gar nicht genau ausgeführt, wie das umgesetzt werden muss. Aber ich glaube, dass das halt so, wie der Chrome die Dinge umgesetzt hat, so eben, ja, wir haben es implementiert, aber dann bei näherer Betrachtung merkt man so, also irgendwie nicht so cool. Also das, 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 das sorgt nicht für Akzeptanz von solchen Features, glaube ich. Und die Leute werden dann sagen, ja, lass mal sein, ich mach das mit JavaScript weiterhin, weil dann kann ich dafür sorgen, dass es eben so scrollt wie im Firefox in jedem Browser und ich kann auch, ich hab auch keine Probleme mit der In-Page Search. Ja, ich wollte es gerade sagen, da machen sich die Leute einfach ihren eigenen Standard, indem sie halt da, was immer die coolen Kids heutzutage anstelle von Jaquery-Plugins verwenden, reinwerfen und dann ist es zwar irgendwie so ästhetisch zweifelhaft, aber dann ist es wenigstens überall gleich und funktioniert gleich und wird halt auch immer funktionieren, weil das mit JavaScript zu hijacken sollte halt tatsächlich immer tun, egal was dann die Bugfixes und Standardentwicklungen so machen. Ja, naja, genau. Also man kann es auch tatsächlich weiter mit JavaScript machen, es ist halt nur nicht jeder, nur nicht jeder hat Lust mit JavaScript rum zu hantieren und vielleicht gibt es halt dann auch nichts Fertiges und für die wäre es halt schön, wenn es mit CSS einfach klappen würde ohne Kopfschmerzen. Du hast heute auch was retweetet davon, wie man das weder mit CSS noch mit JavaScript sondern mit C++ machen kann, so auf das Scrolling einwirken. Endlich mal eine Lösung, die auch, sagen wir mal, sich trägt von der Performance her. eben, genau. Ich weiß zwar jetzt nicht ganz genau, aber ich, achso, ja, ja, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das hatte der Stefan sogar tatsächlich als Erster ausgegraben. Das können wir ja mal verlinken, das ist sehr amüsant. Genau, es gibt also eine Whitelist von Domains in iOS-Safari, für die anderes Scrollverhalten gemacht wird. Richtig? Genau. Also zumindest mal für eine Seite, die heißt Zillow.com und da hatte einer gesagt, da ging es darum, dass der Safari auf iOS, glaube ich, immer hinscrollt zu Inputs, die man fokussiert. Glaube ich, das ist das Problem. Und der meinte, ja, wenn du das verhindern willst, dann ist es ganz einfach, dann machst du erstmal einen Uni-Abschluss und dann wirst du CEO bei der Firma Zillow, aber dann wirtschaftest du die in Grund und Boden, um dann billig die Domain übernehmen zu können und dann schaltest du deine Seite auf dieser Domain auf, weil die ist in der Whitelist von iOS-Safari drin, dass er da eben dieses Scrolling unterlässt. Aber lustigerweise Plan ja, genau. Ja, es gibt ja noch andere Läden, die man hier übernehmen kann. Also ich habe hier die Liste, hat hier 71 Einträge, die da so geweitlistet sind. Also Zillow ist jetzt so irgendwie so, das ist ja das Salz und Brot von da über See. Das ist jetzt schon ein etwas größerer Laden, das machst du nicht mal eben so. Aber ich meine jetzt so Platz 26 livehacker.com vielleicht ein etwas, sagen wir mal, machbareres Ziel. Gesprochen wie der Kreisligist, der ich bin, dem im DFB-Pokal der Champions-League- Teilnehmer zugelost wird, aber hey. Ja. Ja, auf jeden Fall schon eine harte Nummer. Ja, aber machbar, wie wir jetzt erfahren haben. Und wenn ihr da auch noch Fragen habt, der Shep hat da schon erfahren. Nein, Spaß. Aber auf jeden Fall muss man sich halt gut Gedanken machen, wenn man dieses Smooth-Scrolling verwenden will. Mir hat es jetzt auf jeden Fall geholfen, weil ich knalle das natürlich bei mir immer so einfach auf die Seiten drauf. Manchmal ist das bestimmt auch überhaupt nicht so schlimm, weil viele Leute wahrscheinlich in den Webseiten, die ich dann da verwende, vielleicht auch nicht die Suche irgendwie verwenden möchten oder gehe ich jetzt einfach mal von aus. Aber gerade bei Text-heavy Websites ist das bestimmt ein großes Thema auch. Ja. Jo. Also gut auf jeden Fall, dass es schon mal einen Workaround gibt und wenn man den im Auge behält, dann kriegt man ja auf jeden Fall schon mal eine ganz coole Lösung hin, wo auch beides funktioniert und wie das geht, findet man auf jeden Fall bei dir im Blog-Shep. Jo. Habt ihr gerade auch hier gehört. Könnt ihr ja auch selber nachprogrammieren jetzt schon fast. auf jeden Fall. Yes. Und damit könnten wir auch, wenn ihr möchtet, einen Artikel weiterspringen und einen Themenkomplex weiter. Ja. Gerne. Und zwar einfache Frage, wie realisiert man eigentlich in JavaScript einen Array? So. Da sage ich mal, das kam so bei dir, Peter, morgens um sechs Uhr über den Äther habe ich gehört und du hast dir dann gedacht, ja, ist doch eigentlich ganz easy oder und ich weiß nicht, wie häufig ich das Thema schon gegoogelt habe, meistens dann unter Berücksichtigung mit so und so viele Elementen, also sagen wir mal, du möchtest ein Array mit 24 leeren Elementen haben, über die du dann drüber iterieren kannst oder so, aber ein leeres Array, ja, Konst wahrnehmen ist gleich enkelge Klammer auf, enkelge Klammer zu, hätte ich jetzt gesagt. Ja, das würden jetzt so normale Menschen wie du und ich, wir würden das so machen, aber wir hatten ja auch schon mal jemanden von Preact im Podcast, die Visionsnummer steht in den Shownotes, die machen das ja nicht, ne? Ja, die machen dies? Naja, die haben eine konstante empty Array, die in einem Modul drin ist und die Idee ist halt eben, empty Array wird vom Minifier zu einem Buchstaben geshortet, ein Buchstabe ist weniger als Klammer auf Klammer zu, hast du was gespart? So sieht's doch mal aus, ja. Ja, und so fing das bei mir an, also der, ich hatte da wirklich einen Twitterer, der fragte mich halt eben nach genau dem, was du gerade so gemacht hast, ich brauche ein Array mit irgendwie vorbefülltem Inhalt, 42 Felder, in denen irgendwie Null drin steht oder sowas. Wie würde man das wohl machen? Und dann gibt's halt genau zwei Wege, die bei mir zum Blogartikel führen, entweder monatelanges rumrecherchieren und jeden Satz mühsam sich aus den Fingern saugen oder es gibt den, oh interessant, ich schreib das mal eben auf und dann bin ich halt irgendwie acht Stunden später fertig und das war einer von denen, weswegen ich da auch nicht ganz so die sprachliche Finesse an den Tag legen konnte, meinst du? Ich weiß nicht, ich meinte mehr so, ich habe mich, finde ich, im Ton ein bisschen vergriffen, aber das ist okay. Also. Es ist halt ein bisschen lustig, dass es halt so viele Möglichkeiten gibt, ein Array in die Welt zu setzen und dass es halt so viele Möglichkeiten gibt, sich Gedanken drum zu machen, weil ich meine, nehmen wir mal dieses Preact-Beispiel. Es ist ja wirklich so, dass außerhalb der Webentwicklung dieses Problem zu lösen ja nicht existiert. Das machst du ja sonst nirgendwo. Du würdest ja sonst nirgendwo auf die Idee kommen, diesen Trick zu gehen, aber wenn du dir das Projekt Preact anguckst und wenn du dir anschaust, Webentwickler, jedes Byte zählt, ich bin ein Framework und mein Ziel ist es halt, so klein zu sein wie möglich, dann hältst du diesen Hack halt für, sagen wir mal, einigermaßen naheliegend und gar nicht mehr mehr so abgefahren. Das ist ja schon, das ist ja schon viel wert. Genau, und du hast halt so viele andere Möglichkeiten, ein Array in die Welt zu setzen. Also, wenn ich jetzt so manchmal auf Konferenzen früher, das müssen wir jetzt für die Jüngeren erzählen, vor Corona war das nämlich so, da gab es so diese Veranstaltung, ne, manchmal fällt ein Talk aus und dann springe ich halt eben ein, einfach nur mit Livecoding, wo ich halt im Prinzip JavaScript-Witze erzähle und die meisten erzähle ich anhand von New Array tatsächlich. Oder, man kann das New ja auch weglassen, weil ist ja egal, ist ja JavaScript, egal was man schreibt, das funktioniert. Und du, Hans, hattest jetzt ja gerade mal schon so ein Szenario aufgemacht, ein Array mit so und so vielen Feldern, die leer sind. Da müsste ich jetzt nochmal nachhaken und genau fragen, was jetzt eigentlich leer ist, weil das ist ja kein Typ. So, undefined wahrscheinlich in meinem Fall dann, aber du hast ja vorhin schon angesprochen, was ist, wenn du null reinschreiben willst oder eine Null oder irgendeinen Default-Wert im Endeffekt. Oder ein Holy Array. Ja, naja, das Ding ist halt eben, also, alles, was ihr sagt, also Holy Array, du meinst jetzt nicht, obwohl du der Performance-Papst-Shep bist, sprichst du jetzt nicht vom heiligen Array, sondern von dem mit den Holes drin, mit den Löchern. Genau. Oder halt auch sowas wie, da ist undefined drin. Also, was man jetzt machen kann, ist, man kann irgendwie sagen, ich mach mir ein New Array und steck da als Parameter 5 rein. Dann kriege ich ein Array, das eine Length 5 hat, aber das hat nicht 5 Felder deswegen, sondern das ist im Prinzip einfach ein Lügen-Array. Das ist ein Array, das hat keine Felder, aber hat eine Length, die 5 behauptet. Und das ist halt so, letztlich daran zu erkennen, dass ein Array in JavaScript ja in erster Linie ein Objekt ist, mit numerischen Keys, 0, 1, 2, 3, und einem extra Key Length, wo halt drinsteht, wie viele von diesen 0, 1, 2, 3 man drin hat, normalerweise. Und wenn man jetzt so ein Array erzeugen würde, mit einfach so einer Zahl als Initialisator, mit 5 zum Beispiel, würde man ein Array bekommen, dessen Length behauptet, 5 zu sein, wo aber auf diesem Objekt, das da rauskommt, diese Keys, 0, 1, 2, 3, 4, gar nicht angelegt sind. Wenn ich aber die Abfrage, wenn ich bei dem resultierenden Array eckige Klammern 3 mache, kriege ich natürlich Undefined zurück, aber nicht, weil da Undefined drinsteht, sondern weil das Ding gar nicht da ist, das ich da versuche abzufragen. Undefined ist ja sozusagen die Null-Pointer-Exception von JavaScript, das kommt halt raus, wenn das, was ich abfrage, gar nicht da ist. Und das ist halt so ein subtiler Unterschied und das wäre ja, das würde ja auch deiner Definition, Shep, von einem Array mit Holes ja genügen. Das ist ja was, wo von Index 0 bis Index behauptete Length nicht alles definiert ist, im Sinne von Key definiert, ne? Ja, aber wie macht man, also wie macht man es denn schöner? Also was ich immer mache, wenn ich jetzt zum Beispiel sag irgendwie, okay, ich will einen Array mit einer Länge von 5 haben und das soll einen initialen Wert haben. Was ich dann mache, ist, ich mache New Array mit 5 und dann sage ich Array-Name.map und mache mir meinen initialen Wert da rein. Wahrscheinlich total unperformant, in meinen Kontexten meistens irrelevant. Gibt es einen schöneren Weg? Sagen wir mal so, es gibt die Möglichkeit, diese beiden Schritte, die du erwähnt hast, zusammenzufassen. Aber tatsächlich ist das der richtige Weg, in dem man erstmal ein Konstrukt erschafft, über das drüber gemappt werden kann und dann in der Mapping-Funktion und das Befüllen übernimmt. Und das hat jetzt schon, glaube ich, ja? Nee, ich hatte jetzt nur gerade überlegt und ich glaube, sowas ähnliches hast du auch in dem, nee, hast du nicht ganz so, aber theoretisch könnte man ja einfach mit einem Vorloop irgendwie über, also von bis iterieren, also du willst fünf Elemente, also sagst du, solange a kleiner 5 ist oder a.lengst kleiner 5 und dann machst du halt ein Array.push. Ja, das ginge natürlich auch. Aber ist ja im Endeffekt das Gleiche. Ja, nicht so ganz, ne? Also, wenn wir jetzt mal so unter Performance-Aspekten gucken, das ist ja praktischerweise auch, wir hatten ja letztens hier den Sponsor, ctwebdev, das Wichtigste bei so Performance-Überlegungen mit so JavaScript ist, wenn wir so über so triviale Operationen reden, wenn wir jetzt darüber reden, ob wir das Array mit einer Vorschleife befüllen oder mit einem Map, das wird am Ende durch einen Optimizer gejagt und da kommt am Ende der gleiche Maschinencode raus. Das ist, so triviale Sachen landen am Ende beim Gleichen und deswegen macht es keinen so großen Unterschied. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Aber wir waren ja kurz bei deinem Vorschlag mit dem New Array und dem Map und da hast du jetzt ja recht, wenn man es jetzt mal ganz genauer anschaut, sind das ja zwei Operationen. Du initialisierst da ein Objekt, das Array mit der gegebenen Length und dann pflügst du nochmal drüber und machst dann, ersetzt dann sozusagen den Inhalt beziehungsweise generierst ein neues Objekt mit gleicher Length, aber anders definiert im Inhalt. Ich würde es ganz ähnlich machen, wenn ich jetzt diese Anforderung hätte und zwar würde ich Array from rausholen. From ist ja eine standardische Methode vom Array-Objekt und dient ja dazu, nicht Arrays zu Arrays umzuwandeln und nicht Arrays sind zweierlei Sachen. Das sind entweder Objekte, die so ein Iterator-Protokoll implementieren. Das ist dann, weiß ich nicht, eine Node-List, ein Set, eine Map. Das sind ja keine Arrays, die haben auch keine Length, aber die haben halt diesen Symbol.Iterator, deswegen kann man sie in For-Off reinstecken und damit arbeitet Array from auch. Aber womit Array from auch arbeitet, sind so Fake Arrays. Das sind letztlich auch nur Objekte, die dieses Protokoll, von dem wir vorhin sprachen, mit den numerischen Keys 0, 1, 2, 3 und dem Length-Feld. Das kann Array from auch hernehmen. Was man also tun kann, ist, wir nehmen Array from, stecken da ein Objekt rein, das enthält genau eine Property namens Length, da stecken wir eine Zahl rein, das ist unsere Wunschzahl und Array from akzeptiert einen zweiten Parameter, das ist eine Mapping-Funktion. Dass man also bei der Erzeugung aus dem Ausgangsobjekt direkt dann beim Umwandeln in ein eigentliches Array die einzelnen Werte nochmal durchwalkt und damit könnte man dann so diese Schritte Initialisierung und Mapping in einem zusammenfassen. Herrlich. Herrlich. Finde ich mega geil. Also es wirklich wird, das ist ein neuer, schöner Einzeiler für mich, den ich einfach in meinen Code packen kann. Ich weiß jetzt noch nicht 100 Prozent, ob ich es machen werde, weil es ist ja dann doch eher so ein bisschen so, hä, was passiert denn hier gerade? Du hast ein Objekt mit der Eigenschaft Length und daraus ergibt sich dann das Array. Ich weiß nicht, wenn du es jetzt mal einfach so liest, mach ein Array aus der Länge 7, definiert durch diese Funktion, finde ich, läuft eigentlich ganz gut rein. Ja. Das Wichtige ist halt, ich glaube, wovon du deinen Geist befreien musst, ist von der Idee eines Arrays. Die gibt es halt nicht. Das ist Fake News. Das haben dir die Excel mensch erzählt. Das sind einfach nur Objekte mit numerischen Keys. Deswegen kannst du ja auch so Sachen wie Filter, Map, Reduce auf jedes Objekt anwenden, das irgendwie numerische Keys hat. Hey, wenn du ein Objekt mal haben willst, wenn du kein Array haben willst, aber du willst aus irgendwelchen Gründen ein Objekt haben, in dem es die numerischen Keys 0, 1, 2, 3 gibt, dann kannst du zum Beispiel die Fill-Methode verwenden und du machst dann so einen guten alten Object-Prototype-Call-Hack, wendest du auf dein leeres Objekt an, auf dein Fake-Array und dann kannst du dieses Objekt sozusagen auch mit diesen Feldern vorfüttern. Du musst ja nicht ein Array haben. Es sind alles nur Objekte mit numerischen Keys und einer Length und alles andere ist völlig wurscht. Du kannst ja auch sozusagen Löcher in dein Array packen, ohne was zu löschen. Du kannst ja einfach die Length auf irgendwas setzen. Mach ein Array mit drei Elementen drin und behaupte, die Length wäre 42. Kannst du machen. Kannst die Length auf 0 setzen, dann wird es tatsächlich auch gelöscht, was da im Array drin ist. Ja, und du kannst halt eben noch andere Späße können machen, weil es ist ja JavaScript. Du kannst ja, weiß ich nicht, New Array aufrufen und als Array-Länge sowas reinstecken wie eine New Number, was jetzt man niemals tun sollte, aber kann das natürlich schreiben. Und das ist alles ganz, ganz lustig und man kann halt wirklich an diesem Array eine ganze Menge von Spaß an JavaScript haben, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man den Gegenstand, mit dem man hier arbeitet, jetzt auch nicht zu ernst nimmt und durchaus auch mal sagen kann, guck mal, ich kann diesen seltsamen Krempel schreiben und da kommt ja lustiges Zeug bei raus, solange man halt eben seine Sammlung von den guten Einzeilern hat, die du gerade erwähnt hast, Hans, wo man dann sagen kann, damit mache ich dann, habe ich eine schöne Problemlösung, die jenseits von allen Scherzen da existiert. Ein bisschen Spaß muss sein, würde ich sagen. Ja, so, jetzt ist ja die eine Sache, das funktioniert alles, aber die andere Sache, ich weiß nicht, du hattest eben irgendein Beispiel, aber dann, sowas muss einem der Linter doch dann auch sagen, dass man das doch bitte besser nicht machen sollte. Oder irgendwer halt, muss ihm das doch sagen, während man diesen Code da schreibt. Keine Ahnung, wenn du da ein Objekt einfach in ein Array reinsteckst, was eine Length von sieben hat, also ein Array does from, klar, das ist valide, also meckert da einen, meckert da einen ESLint beispielsweise per Default? Nee, das ist tatsächlich bei Design. Es gibt ja, es gab ja bevor es, also spuren wir mal ein bisschen zurück, bevor es Arrays gab, waren ja die JavaScript-Arrays, die man so hatte, wirklich de facto diese Fake-Objekte. Da war Array wirklich nur eine Konvention. Objekt mit numerischen Keyes und einer Length. Und dann wurden noch Arrays erfunden, dann gab es die also wirklich auch als eigene Objektklasse und die werden auch, an die Performance denken, unter der Haube vom Optimizer anders behandelt, als irgendwelche tatsächlich normalen Vanilla-Objekte. Aber es gab halt so in der Zwischenzeit, bevor wir das Iterator-Protokoll hatten für For-Off-Loops, auch noch die Array-artigen Objekte, die Array-ähnlichen Objekte. Das sind so Sachen wie Arguments oder Node-Lists, die auch numerische Keys und eine Length haben, aber die haben halt keine Array-Methoden wie Filter, was du vielleicht bei einer Node-List, da gibt es ja dann Argumente für. Und um die halt eben in Arrays umzuwandeln und um damit dann halt eine einfache Anwendungsmöglichkeit für so Map-Filter-Reduce zu bieten, genau dafür ist dieses Array-From da. Also das ist definitiv nicht nur jetzt ein Hack, sondern das muss auch so. Ja, ja, schon klar, aber ich, also was ich mir halt denke, ist irgendwie, es muss doch jemand einen davor bewahren, allzu doofe Dinge zu tun, so denke ich mir, ja. Und das ist, also, ich weiß nicht, wenn du dann irgendwie eine Length von 42 auf einen Array setzt, was aber eigentlich nur, keine Ahnung, drei Elemente hat, das ist halt ja eigentlich nicht so geil, also, hm, es führt das nicht mehr zu Fehlern, als dass es diesen positiven Effekt hat, so, und dann denke ich wieder an Douglas Crockford's The Good Parts und da würde ich das halt nicht reinschreiben. Ähm, weiß ich nicht. Ich würde halt einfach mal halt sagen, die Definition eines Arrays in JavaScript ist, wie es ist. Und wenn du dieser Definition halt eben folgst, die ja auch viele einfache Sachen möglich macht, dann ist das halt eben so. Also, ich würde jetzt nicht notwendigerweise sagen, dass dieses Verhalten an sich problematisch ist, dass das so geht. Ich würde halt sagen, so Sachen wie die Manipulation der Length auf manuelle Weise ist halt so was, was unter Rechtfertigungsdruck steht. Also, wenn da kein Kommentar drüber steht, der sagt, warum das jetzt so ist, dann, äh, habe ich Fragen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das per se alles so schlecht ist, ne? Du kannst halt so Sachen machen, wie Array.length und dann setze das irgendwie auf null, obwohl wissend, dass die JavaScript-Typ-Unwandlung daraus die Zahl null macht, ne? Das wäre halt so ein klassischer Fall von Douglas Crockford, haut dir auf die Finger. Aber jetzt auch mal per se. Ja, aber genau das ist halt dieser Punkt, ne? So was muss halt sozusagen ja eigentlich der Linter dann aufmerken, muss dann sagen, hier, ähm, also eine Zuweisung auf die Length mit einem, äh, mit einer Property, äh, mit einem Value null ist nicht möglich. Ja, oder dein Typ-System, ne? TypeScript würde da sagen, äh, warte mal, geht's eigentlich noch? Ja, äh, ja. Ja, okay, also ich kann mich damit nicht ganz anfreunden, aber da, dafür ist es halt JavaScript, ne? Und das, äh, man kann ein bisschen rumhacken, wenn man möchte. Ja, also mein Lieblingsfakt ist eigentlich der folgende. Du kannst, du kannst New Array aufrufen, ne? Dann kannst du reinstecken, wie groß deine Length bitteschön sein soll. Tust du 42 rein, hast du, also so eine Array-Lüge, die keine Felder hat, aber eine Length hat, die behauptet, sie hätte 42 Felder. Okay. Was ist, wenn du 42,1 reinsteckst? Nice. Ja, äh, kann, kann man nicht, kann man nichts machen, wahrscheinlich der Compiler, äh, weil es sowas wie undefined, also es ist ja ein Float und kein, kein, kein Int. Genau, und da sagt ihr dann nämlich, ihr, äh, ungültige Array-Länge, schmeißt dir das um die Ohren und sagt, so läuft das nicht. Ja. Genau, so. Einmal was richtiges. Ja, okay, also gut, okay. Wunderbar, also es muss, es muss also ein Int sein. Dann würde ich natürlich hingehen und würde sagen, haha, modernes JavaScript, wir haben ja tatsächlich jetzt mittlerweile auch einen Typ für Int. Wir haben ja den BigInt. Da könnte ich also hingehen und könnte sagen, NewArray, 42N, mit dem N hintendran für ein, äh, für ein BigInt. Nimmt er das? Wahrscheinlich kann ein Array nicht mit BigInts umgehen, nehme ich mal an. Der Kandidat hat 100 Punkte. Was eigentlich, was ganz lustig ist, weil wenn du jetzt wirklich so auf der Bühne stehst, du musst einen Talk improvisieren und, äh, dann kannst du da wirklich so wunderbar den Satz daraus formulieren, dass NewArray halt einen Integer haben darf, einen Integer haben will, es darf halt nur kein Integer sein, ne? So sieht's ja mal aus. Ja, und das ist, da kannst du halt wirklich, äh, sehr viel Spaß mit haben und, ja, also nimm halt nicht NewArray, dann gehen diese ganzen Probleme weg. Mach halt, äh, ArrayFrom mit dem, mit der Length und dann deiner Mapping-Funktion, wenn nötig, oder, ähm, bau dir halt so ein, bau dir halt so ein, was man meistens auch wunderbar machen kann, ist, wenn man das Array mit irgendwelchen Werten vorbefüllen möchte, ist es meistens ja eine Zahlenkolonne. Also, das sind meine meisten Use Cases. Und, ähm, ich hab halt so eine Helferfunktion in meinem Werkzeugkasten, die heißt halt Range mit zwei Parametern, From und To. Und da drin findet halt der ganze Krempel statt, aber wenn ich so ein Array haben möchte, dann sag ich einfach, gib mir so eine Range. Oder, ne, Range könnte auch einen Generator auswerfen, der mir diese Zahlen dann lazy generiert, wenn ich halt irgendwie besonders viele haben möchte oder wenn ich From to Infinity haben möchte, ohne dass der Computer meckert, weil irgendwie Speicher auch in diesem Jahr noch immer endlich ist und nicht, wie sich's gehört, so Raumschiff Enterprise, mäßig damit kein Problem hat, dann kann man damit so ein bisschen spielen. Aber, ja, Linter anwerfen und vor allen Dingen halt eben die ganzen Sachen, die halt so knifflig sind, die halt so diese, ja, dann im Alltag einen doch nerven, wie halt eben, wie mach ich diese Trivialität, eben dieses Array heraufzubeschwören, da bin ich voll bei Team Utility-Funktionen, wegabstrahieren, wegkapseln, einmal schreiben, erklären einen Kommentar drüber und nicht mehr nachdenken. Dann läuft das. So. Es wird auch mal Zeit, dass du deine Helfer-Funktionen alle veröffentlichst. Ich glaube, du hast da schon öfter mal drauf geteasert. Ja, ich arbeite darauf jetzt tatsächlich semi-ernsthaft hin. Ja, nicht schlecht, ja. Vielleicht, weiß nicht, was gibt's noch für andere Namen außer Lodash und Underscore, fällt mir dazu jetzt nix ein, aber wir werden bestimmt bald einen tollen Namen. Das ist das größte Problem, ne? Ja, tatsächlich nicht. Also, das stellt sich halt raus. Ich bin in letzter Zeit so ein bisschen in so Aufwärmstimmung. Ja. Guck mir halt so die ganzen Low-Dashs und jQuerys dieser Welt an und gucke so, wie würde sowas denn modern aussehen? Wollte sagen, ja, sorry. Es stellt sich halt eben raus, das ist alles gar nicht mal so trivial. Ja. So. Und dann willst du irgendwie noch sagen, ich will jetzt irgendwie schön fancy und modern sein, dann willst du das irgendwie in TypeScript reingießen zum Beispiel. Und dann geht das halt voll nicht zusammen, weil das ist einfach ein kompletter Mismatch von dem, was heutzutage halt so ein TypeScript, also, wie es letztlich deinen Möglichkeitenraum einschränkt, jetzt nicht mit harten Limits, du kannst ja immer überall any dran klatschen, aber wenn du es irgendwie auf sinnhafte Weise einschränken willst, dann sind halt so gewisse Patterns, gewisse Prototype-Patching-Operationen schon ein bisschen knifflig auf der einen Seite, das wäre halt so mein jQuery-Aufwärmen und auf der anderen Seite, wenn man jetzt hingeht und sagt so, wir machen jetzt mal Low-Dash-In-Besser, sodass es halt mit sämtlichen Datenstrukturen arbeiten kann, nicht nur mit Arrays-Objekten und so Array-Artigen-Objekten, dann erhöht sich halt eben einfach auch das, ja, der Möglichkeitenraum, weil du ja viel mehr denkbare Inputs hast für deine diversen Funktionen, das musst du alles irgendwie testen und covern und das ist alles nicht trivial, aber, ja, fängt man halt klein an und releast erstmal irgendwie so ein Bundle von 20 Funktionen und arbeitet sich dann hoch, würde ich sagen. Ja, vor allem ist halt auch die Frage, was ist halt dann der Core-Value davon, ne, und bei Low-Dash war es ja immer so, dass man gesagt hat, okay, wir wollen jetzt Underscore nur in schnell und besser haben, wenn man dann jetzt aber hingeht und sagt, ey, eigentlich wollen wir halt vollen Support für alle Datentypen und was nicht alles haben, dann geht vielleicht aber auch wieder verloren, dass du halt schnell bekommst, zum Beispiel, ja, oder, keine Ahnung, der Code wird so komplex, dass es einfach keinen Sinn macht, oder I don't know what. Ich weiß noch nicht, es gibt ja so Patterns, wo ich halt merke, dass ich die immer wieder mal haben möchte. Zum Beispiel sind das so Sachen wie, ich will eine bidirektionale Map haben, wo ich ein Get-Key und auch ein Get-Value machen kann, wo ich links und rechts beides verwenden kann, um das jeweils andere zu getten, zum Beispiel. Mhm. Das ist jetzt nicht 100% trivial und Zeug, aber das ist zumindest mal irgendwie implementierbar und testbar, das ist endlich, ne, und so eine Utility-Funktion, wo ich irgendwie sagen kann, ich hab hier eine Collection von Objects, und ich hätte die gerne in einer Map organisiert und zwar gruppiert anhand von einem Value auf einer bestimmten Property, dass ich also sagen kann, ich krieg ne Map daraus und in der Map gibt's irgendwie nen Key Foo und da drin ist dann ein Array zu finden, in dem alle Objekte drin sind, die auch diesen Key Foo auf irgendeinem Value haben oder sowas, ne. Also halt nur so Organisationsdinger, das ist ja, was dieses Low-Dash halt eben auch hier macht, das ist halt so ein so eine etwas high-leveligere Sache und ich glaube, da gibt's halt auch sehr viel ungeschöpftes Potenzial, also wenn's wirklich so darum geht, die Daten irgendwie umzuorganisieren, mal ordentlich wirklich so die Datenstruktur auf links zu drehen, damit wir die in eine Form bekommen können, dass man darauf besser operieren kann. Das mach ich halt dann doch ziemlich oft, ne, oder andere Sachen wie zum Beispiel Partition von jetzt so Low-Dash und Underscore, das kann man mit modernen TypeScript-Features einfach so viel besser beschreiben, dass das einfach mit TypeScript viel besser zu benutzen ist, weil man halt eben dann tatsächlich aus den Input-Typen und Generics und Gefummel rausfinden kann, dass das daraus resultierende Tuple eine definierte Länge hat und nicht einfach nur ein Array ist. Und da wäre wirklich viel Potenzial zu heben, es ist halt nur eben nicht trivial. Kann es sein, dass vielleicht so in dem ML-Kontext, Machine Learning-Kontext oder so, in solchen Libraries wie jetzt TensorFlow oder sowas, solche Sachen drin sind, weil da ist es ja auch immer damit zu tun, du musst irgendwie deine Daten von links nach rechts konvertieren, du hast irgendwie irgendwelche Inputs, aus denen du dir halt irgendwelche komplexen Array-Maps rausholen musst oder sonst irgendwas. Gibt es vielleicht in diesen Tools eventuell schon etwas, was jetzt vielleicht nicht voroptimiert ist oder so, aber was zumindest das schon mal abbildet? Das gibt und es gibt natürlich so gerade so Datenstrukturen, Implementierung in JavaScript noch und nöcher. Also wenn du so eine bidirektional Map haben willst, auf den Trichter bin ich jetzt nicht als Erster gekommen. Aber ich will halt gerne so ein Low-Dash-Feeling haben. Ich will sagen können, wenn ich das Teil habe, dann ist das wie der Rucksack, mit dem ich jeden Morgen aus dem Haus gehe. Da weiß ich genau, an welcher Stelle ich welches Teil finde. Und ich weiß, dass es da drin ist, damit ich darüber nicht nachdenken muss. Ich weiß halt, dass da meine Powerbank drin ist und ich weiß, dass dieses und jenes USB-Kabel da drin ist. Weißt du? Ich will dieses Gefühl ja auch wieder haben und ich will mir halt eben nicht aus tausend Dependencies mir diese ganzen Datenstrukturen zusammen klauben müssen. Genau, aber das meine ich ja. Sowas wie zum Beispiel, also was du ja sagst, ist, du willst es halt als Kollektion sozusagen haben, dass es halt, wie du sagst, der Rucksack ist. Das Low-Dash hat halt irgendwie, keine Ahnung, ist Equal da drin, dann hast du dein Unique-Function und du hast dein, keine Ahnung, Throttle und die sind halt immer da und du weißt, wie die funktionieren. Die APIs sind immer angepasst. Die Frage ist halt, ob es nicht sowas eins zu eins genauso auch schon in TensorFlow zum Beispiel gibt, sage ich jetzt einfach mal oder in irgendeinem anderen Framework. Aber keine Ahnung. Ich glaube, was halt ganz viel dazu kommt, ist halt das gelernte Verhalten wahrscheinlich. und Low-Dash hat man jetzt über Jahre halt irgendwie so eingesaugt und kennt das halt so gut und vielleicht kennt man halt andere Sachen noch nicht so gut oder so. Aber keine Ahnung. Wenn die Hörerinnen und Hörer sowas irgendwie im Kopf haben, dann schreibt uns dazu doch mal auf jeden Fall auch ins Blog. Mindestens später würde sich sehr freuen, aber ich glaube, ich auch. Ja, es gibt so zwei mögliche Outcomes. Entweder sinnvolles Feedback, würde ich mich sehr drüber freuen, oder hör auf, irgendwelchen Käse zu programmieren. Hier hast du einen Erklärbeauftrag, mach mal wieder was. Ja, auch mit dem Peter von der Straße. So schlimm ist das ja nun wirklich noch nicht. Längst nicht. Du bist ja auch digital aufgestellt und kannst auch jetzt schon die entsprechenden Tools bedienen, mit denen man auch dann seinen Bildschirm übertragen kann und Ähnliches. Also da kann man jetzt auch Corona-konform da entsprechend dich auch schon mal sagen wir mal zur Rate ziehen, wenn denn da in der Codebase irgendwie mal Fragen auftauchen oder Ähnliches. Mein winziges Büro ist mit den besten billigen Softboxen so optimal ausgeleuchtet. Megageil. Das läuft. Und Greenscreen, um dann den Kopf auch in den Code zu morphen, das ist auch schon vorhanden, habe ich so im Hinterkopf. Ich muss den mal bügeln, aber im Prinzip habe ich ihn. Nehmen wir an, den Greenscreen nicht den Kopf. So, das soll ich entscheiden. Schreibt sie in die Kommentare. Genau, aber so viel zum Thema Array Initialization. Wenn ihr also demnächst mal wieder ein Array initialisieren müsst, dann kennt ihr auf jeden Fall jetzt ein paar Wege und vielleicht habt ihr auch irgendein Thema auf der Platte, wo ihr sagt, da müssten wir dringend mal drüber sprechen. Es scheint so trivial und dennoch ist es so schwer und jedes Mal muss man es wieder googeln. Dann lasst uns das doch mal in den Kommentaren wissen oder haut uns auf Twitter an und wenn ihr ganz fancy seid, dann schaut ihr einfach mal auf Patreon vorbei. Hier noch einmal der Hinweis dafür, wisst ihr ja, da sind wir auch und da gibt es auch die Vorbesprechung. Manchmal gibt es da auch nochmal ein paar interessante Insights natürlich zum Podcast und wer da Bock hat, der kann ja einfach mal vorbeischauen, bekommt dann auch ein paar Aufkleber ab einem gewissen Unterstützungsbetrag. Ja, und ansonsten, ich glaube, nächste Woche haben wir schon unser Thema Ready. Ich wollte noch kurz einhaken, weil wir müssen Francesco danken. Der ist nämlich neuer Patron bei uns. Sehr schön. Der Francesco, der ist auf jeden Fall jetzt auch Unterstützer genau. Da sagen wir vielen Dank für die Unterstützung und wir hoffen, dass das auch dann vielleicht für den einen oder anderen eine coole Anregung ist, um da auch mal vorbeizuschauen. Super. Yes, aber jetzt dann der Hinweis für die nächste Woche und zwar werden wir ein Stück weit über das Thema Diversity im Development-Bereich sprechen. Das ist ja auch ein Thema, was uns immer mal wieder beschäftigt und natürlich auch unterkommt und auf jeden Fall super spannend. Wir haben zwei Damen dabei, die uns da ein bisschen zur Seite stehen, werden die Franziska Gerz das war schon mal bei uns im Podcast vor einiger Zeit und die Svenja Mozek. Wir freuen uns da drauf und wir hoffen, dass auch ihr dann nächste Woche wieder dabei seid, wenn es um das Thema Diversity geht und bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall alles Gute für die Woche. Schaut mal bei ein paar anderen Podcasts vorbei, die auch sowas machen wie wir hier, nämlich Shep zum Beispiel. Wo wir sind, ist vorne und die programmierbar. Danke für diesen spontanen Input, fantastisch. Schaut da einfach, hört da einfach mal vorbei und genau, wenn ihr Fragen habt, wie immer, schreibt uns. Danke fürs Zuhören und bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüssi. 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 Tschüssi.